Hallo zusammen! Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch! Bei mir hat es gerade so ganz spontan reingepasst in den Tagesablauf, dass ich mir gedacht habe, ein schnelles, knackiges Nullu-Werre-Video mit einer weiteren Anekdote, die Herr Hartmut mir vor einer Woche oder so erzählt hat und ich sehe die Szene richtig vor mir, ein Klassiker für Nullu-Werre, ist also an sich ganz schnell erzählt. Vorhand spielt mit folgender Karte Nullu-Werre, also in Kreuz ist er dicht, 7-8 Bube König, nach der alten Regel 7-8 Unter, da bleibt keiner drunter, mit dem König natürlich auch kein Problem, Karo 7-8 9 dicht und Pik 7-9 König. Pik König ist hier natürlich die Schwäche, die gilt es anzugreifen. Wir schauen auf folgendes Blatt, haben also im Prinzip 4 Pik dagegen, es fehlt nur noch einer und zwar die Dame, sieht also an sich mal gar nicht so schlecht aus. So, Alleinspieler öffnet das Spiel, Karo Lusch, Karo König von unserem Partner und jetzt kommt ihr. Was solltet ihr jetzt hier legen, um diesen Nullu-Wer zu schlagen? 3, 2, 1 und noch eine kleine Extrasekunde. Ihr solltet natürlich jetzt die Übergaben beachten, das ist häufig noch so ein Thema beim Nullu-Werre oder beim Null. Klar, können wir das Spiel in Pik schlagen, mit 8-10 Bube, können wir dreimal Pik vorspielen, im dritten Mal muss der König rüber, auch dass die Dame hier sitzt, ist kein Problem. Allerdings ist die Dame insofern eben doch ein Problem, da interessanterweise die Karte genau so ist, dass wir nur einmal quasi das Spiel von unserem Partner übernehmen können. Auf Kreuz haben wir nämlich die kleinste Karte. In Herz können wir natürlich theoretisch auch zweimal übernehmen, je nachdem was gedrückt ist. Allerdings darf Herz gar nicht auf den Tisch kommen, weil dann der Pik-König sofort wegfliegt. Und in Karo haben wir mit der 10 auch die kleinste Karte und nur das Karo Ass. Das Karo Ass ist ja in sich die wichtige Karte. Das ist die einzige, mit der wir einmal das Spiel von unserem Partner übernehmen können. Und wenn wir jetzt direkt das Karo Ass legen, um dann Pik vorzuspielen, dann kommt vermutlich der Spieler hier in Hinterhand mit der Pik-Dame ans Spiel und dann können wir plötzlich das Spiel nicht mehr gewinnen, weil er eben keine Übergabe zu uns hat und wir ja noch die weiteren Pik vorspielen müssen. Also korrekter Zug, jetzt erstmal einmal unterbleiben, unseren Partner noch am Stich lassen, damit der erstmal diese Pik-Dame spielen kann und uns danach in Karo nochmal rüberspielen kann. Also ganz einfach eigentlich, sag ich mal, das sind so die kleinen Überlegungen, die bei solchen Spielen dann eben auch noch eine Rolle spielen. Klappt das mit der Übergabe? Wer muss in welchem Moment ans Spiel sein, um dem Alleinspieler an seiner Schwäche anzugreifen? Ja, jetzt sollte der Spieler also die Pik-Dame spielen und dann gibt es natürlich noch die Variante B, nicht die allerwahrscheinlichste, aber sie kommt vor und das war hier genau der Fall. Die Pik-Dame ist im Skat. Dann sollte der Spieler natürlich direkt Karo hinterher spielen und damit kommt der Spieler hier dann mit dem Karo Ass ran und ist natürlich gezwungen, dann Pik auszuprobieren. Er wird dann auch auf die Idee kommen, dass die Pik-Dame gedrückt ist. Die Pointe in diesem Spiel aber, das ist eben sowas, was dann durch ein Nullouvert auch gerade begünstigt wird. Das wäre also beim Null ganz sicher nicht passiert. Der Spieler hier bleibt am Stich mit diesem Karo König und schmeißt jetzt beleidigt die Karten in die Mitte und bezichtigt seinen Spieler ein, ja, damit mit dieser Aktion. Und ich weiß nicht mit welchem Wortlaut gewissermaßen ein Idiot zu sein, warum der halt jetzt hier nicht den Karo Stich übernimmt und Pik vorspielt, denn er selber hat eben gar keinen Pik, ist aber tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, dass die Pik-Dame gedrückt sein könnte und dass es überhaupt gar nicht schlimm ist, dass sein Partner diesen Stich noch nicht übernommen hat, dass er einfach nur ein weiteres Mal Karo spielen muss. Also eine ganz typische emotionale Reaktion und das bedeutet dann auch wiederum, es ist aus dieser Variante hier eben doch ein Unterschied, ob du dann den Pik-König drückst, denn dann wäre das logischerweise nicht passiert. Wenn hier der Pik-König gedrückt wird und der Nullouvert so hingelegt wird, dann muss der Spieler hier natürlich den ersten Stich schon übernehmen und darauf hoffen, dass der Pik-König gedrückt ist, denn es nützt ja nichts den Spieler, seinen Partner dann am Stich zu lassen und denen erstmal den Pik-König blank vorspielen zu lassen, dann ist die Pik-Dame die Schwäche ja auch erledigt, dann muss er eben übernehmen und hoffen, dass der Pik-König gedrückt ist. Also es ist in so einem Fall logischerweise schon ein Unterschied, wie du drückst. Ich würde das jetzt nicht mal als Finte oder so bezeichnen, das ist ja nun das aller, ja, die aller schlappeste Bluff-Variante, die man sich so vorstellen kann, das ist quasi Standard und in diesem Spiel sehen wir auch, dass es begründet ist mit so einer gedrückten Dame, in dem Fall aus dem mittleren Feld der Schwäche, kreiert man dann eben doch hin und wieder mal ein wenig Verwirrung und so kam es jetzt hier zu, ja, diesem mentalen Auseinanderbrechen des Spielers in Mittelhand, der einfach geglaubt hat, sein Partner ist ein Idiot. Ja, gibt es ja beim Pokern diesen Spruch, wenn du es nach 15 oder 30 Minuten noch nicht weißt, wer der Fisch am Tisch ist, dann bist du es selber. Beim Skat ist es manchmal so ein bisschen so ähnlich, wenn du glaubst, dein Partner ist der Fisch, dann solltest du in gewissen Situationen doch nochmal drüber nachdenken, reflektieren, ob du es nicht vielleicht selber bist und einfach nochmal die extra 5 bis 10 Sekunden investieren, in so ein Spiel nicht gleich aufgeben. Das gebe ich euch also als Empfehlung mit auf den Weg, gerade beim Null-Webär. Schaut trotz alledem nochmal ein bisschen tiefer in die Position, bevor ihr vorschnelle Entscheidungen trifft. Dann wünsche ich euch noch einen hervorragenden Rest des Tages. Bleibt am Ball und wie immer, good blood!